Das war fast synchron! Aaaaaah! Ein wunderschöner Guten Bon Joon, meine Damen und Herren, mein Name ist Krokettenkalle und auf diesem Kanal lief in den letzten Wochen sehr viel Code in Exile zusammen mit Maxim. Das Ganze wurde uncut gespielt, damit ihr auch den ganzen Verlauf des Spiels mitbekommt. Wir haben recht schnell gemerkt, dass wir da inhaltlich so ein bisschen an unsere Grenzen stoßen, denn wir müssen sehr viel fahren, müssen sehr viele Sachen beschaffen. Es ist also ein bisschen in Grind-Modus gegangen. Wir haben versucht, auch Sachen zu zeigen. Das ist uns auch hier und da sehr gut gelungen, aber grundsätzlich muss ich sagen, es ist sehr, sehr schleppend gelaufen. Und diejenigen unter euch, die das Let's Play mitverfolgt haben, die wissen auch, dass ich da große Probleme mit einigen Sachen in diesem Spiel hatte. Zum einen war es halt die KI, die meiner Meinung nach nicht so wirklich ausgebaut war. Also das heißt, die KI war als solches nicht vorhanden. Also künstliche Intelligenz. Denn die Gegner, die haben oftmals das gemacht, was sie wollten oder einfach gar nichts und haben sich attacken lassen. Des Weiteren habe ich große Probleme mit dem Damage-Balancing. Wir haben unseren eigenen Server. Wir können also quasi daran rumspielen, konnten also ein bisschen selber auch entscheiden, wie stark wir im Endeffekt sind. Und haben aber alles auf normal gelassen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo quasi unser Server aus irgendeinem Grund über Nacht an war und wir dann quasi keine Base mehr hatten. Die wurden also geradet von dieser Säuberung. Da haben wir also ein bisschen an den Server einstellen und rumgeschraubt, damit wir schnell wieder das Level von vorher erreichen bzw. schnell auf das Level kommen. Denn auch unser Save-Game wurde quasi resettet. Das bedeutet also, wir mussten alles irgendwie mehr oder weniger neu machen. Mir persönlich fiel es dann auch so ein bisschen schwer in so einem Open-World-Game, wo du eigentlich alles selber entscheiden kannst und sehr viel über das Grinden geht. In der Balance zwischen, ich baue jetzt was auf und ich erforsche jetzt mal die Umgebung. Und selbst wenn wir die Umgebung erforscht haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, ja okay, wir kommen jetzt nicht wirklich weiter. Entweder sind die Gegner zu stark oder man konnte mit der Umgebung nicht so wirklich hernehmen, wenn man keine Rüstung bauen konnte, die einem im Kältegebiet dann hilft. Für mich persönlich zieht sich das Game ziemlich in die Länge und es kann auch Spaß machen. Ich denke mir, wenn ich abends zu Hause sitze, ein bisschen streamen will oder einfach so ein bisschen zocken will, den beiden eine Serie gucke, kann ich mir das super geben. Ich finde allerdings, dass das Spiel fürs Let's Play irgendwie nicht so richtig geeignet ist. Man muss sehr viel Zeit investieren, um Dinge zeigen zu können und das wüssten wir mehr oder weniger off-stream machen, weil wir sonst aber das gleiche zeigen würden. Das heißt, jede Folge oder jede zweite Folge wäre einfach nur Farm. Solche Videos sind nicht so nach meinem Geschmack und sowas möchte ich dann auch ungern auf meinem Kanal bringen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass ich quasi kein Conan Exiles mehr liefern werde. Generell hat sich mein Kanal aktuell so ein bisschen in die Richtung gewickelt, dass ich sehr viel Ancut bringe und auch das stellt mich nicht mehr so zufrieden. Bei Dodo Wars ist es das eine, aber bei Exiles war es jetzt irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wo es hingeführt hat. Das heißt, es hat im Kanal viele Videos gleichzeitig zu bringen, beziehungsweise viele Tage hintereinander immer wieder ein Video zu haben. Aber die Qualität ist dadurch leider gesunken und das wollte ich eigentlich verhindern und deswegen komme ich zu dem Schluss, Conan Exiles für mich hier zu beenden. Ich weiß nicht ganz genau, wie Maximus jetzt weiter händeln wird. Ich glaube, er wollte noch so ein paar Sachen zeigen, aber ich will da jetzt natürlich auch nicht zu viel erzählen. Daher macht er dann doch kein Video mehr und ihr seid alle enttäuscht. Trotzdem hat mir das Let's Play bis dahin sehr viel Spaß gemacht, weil ich muss sagen, ich hatte sehr viel Unterstützung in den Kommentaren von euch. Also es gab immer wieder Leute, die mir Tipps gegeben haben und ich habe mir auch alle durchgelesen tatsächlich. Ich hatte nur nicht immer Zeit darauf zu antworten oder ein Herz hinzugeben. Aber grundsätzlich bin ich immer sehr da hinterher, mir die Kommentare durchzulesen und auch mir die Tipps mitzunehmen. Abschließend möchte ich noch sagen, ich finde Conan Exiles ist kein schlechtes Spiel, nur nicht für mich und ein Let's Play auf meinem Kanal geeignet. Und somit möchte ich einfach damit abschließen. Ich hoffe trotzdem, dass die Videos euch gefallen haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns am Morgen mit der nächsten Spandau-Dodo Wars-Folge wieder. Haut rein, Brodis! Gruß! Untertitelung für Wettes Hof